Die vorzeitige abschlagsfreie Altersrente ist niedriger als die Regelaltersrente. Warum ist das so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme ganz, ganz viele Anfragen zum Thema gesetzliche Rente, unter anderem auch Fragen, immer wieder Fragen zum Thema, warum ist meine Rente so hoch und warum ist meine Rente so niedrig? Ich habe gedacht, sie ist viel höher oder zumindest genauso hoch wie die Regelaltersrente. Und ich würde das mal hier Ihnen klar machen oder erläutern, warum Ihre vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersrente, also das wäre dann die reguläre Rente, die Sie mit Erreichen, Vollendung Ihres individuellen Lebensalters für die Regelaltersgrenze oder dann ab Geburtsjahrgang 1964 mit dem 67. Lebensjahr erreichen können. Schauen wir uns das einfach mal an, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, warum, wo die Ursache dafür liegt. Also gehen wir mal vom folgenden Fall aus. Sie bekommen eine Rentenauskunft. Sie sind meinetwegen 1964 geboren und in der Rentenauskunft steht drin, dass Sie mit Vollendung des 67. Lebensjahres dann eine Regelaltersrente von 2000 Euro erhalten. Das ist wirklich nur ein Beispiel und zwar unter der prognostischen Annahme, dass Ihre Einkünfte aus den letzten fünf Jahren, die im Versicherungsverlauf zur Rentenauskunft abgebildet sind, genauso hoch bleiben. Da hat man also den Durchschnitt genommen und hat das mal hochgerechnet. So, und jetzt bekommen Sie im Jahr 20 und, ich weiß gar nicht, mit Vollendung des 65. Lebensjahres bekommen Sie dann Ihre abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die mit den 45 Jahren Arbeit. Und in dem Rentenbescheid steht dann aber drin, Sie bekommen monatlich statt den 2000 Euro, haben Sie gedacht, nur 1850 Euro brutto. Also eine Differenz von 150 Euro. Ja, also hier 150 Euro weniger als die Regelaltersrente. So, und die Ursache dafür, warum es zu dieser Differenz gekommen ist, warum Ihre vorzeitige Altersrente also niedriger ist als die Regelaltersrente, ist ganz einfach. Sie sind zwei Jahre vor Beginn der Regelaltersrente. in die vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte gegangen. Das heißt also, es fehlen Ihnen, um die 2000 Euro Regelaltersrente zu erzielen, einfach zwei Jahre an Beitragszeiten. Das ist die Ursache dafür, dass Sie weniger Altersrente, die zwar abschlagsfrei ist, erhalten, aber trotzdem niedriger ist als die Regelaltersrente. Das ist die Ursache dafür. Und das gilt im Wesentlichen für alle vorgezogenen Altersrenten vor der Regelaltersrente. Das heißt also, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersrente oder vor der Regelaltersrente in Anspruch nehmen wollen, wird diese im Normalfall immer niedriger ausfallen als die prognostische Regelaltersrente. Wenn Sie also bis zum regulären Renteneintritt ganz normal weiterarbeiten würden und nicht vorher in Rente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel